Ja, heute. Äh, No? Die ist dreimal! Was meint denn, da muss ich raus? Äh, ich kann nicht die Erfahrung. Ich kann nicht die Erfahrung. Abfeuze zu füllen. Abfeuze zu füllen. Echt? Ehh, ja, ja, ja. Ja, das macht man ganz komisch und ganz kompliziert. Ja, alle Ratscheiden sind fast. Ja, 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 ja. Ah, so geil. Ah, so geil. Mann, na, bitte. Wenn du so etwas essen hast mit dem Schubi, erst, dann brauchst du ja keine Größe. Mann! Seid mal, du Funde! Ich bin ein Ausbringender, oder? Ja! Nie! Nie! Wenn die alle den Schubi mal 100 Funde, dann kann ich ja nicht erfolgen. Wenn wir keinen reinschauen, ne? Und... Du wärst ja so... Ja, jetzt auch gar nicht. Und du schaue ja auf die Jungen halt. Ja, ja, eben. Hast du mich beleidigt? Einige Frage. Hast du mich beleidigt? Nein! 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 Nein, nein! 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 Ja, schau euch, Flubi! Jetzt kannst du mich beklagen! Ja! Jetzt hab ich glatt und weiß! Ja, das ist schon geil, ne? Nein! Ja, das ist schon geil, ne? Nein! Ich glaube nicht! So, sobald ihr hier auch noch eine macht, sobald ihr es auf unserer Neujahr macht... Mach das!